und herzlich willkommen zu tag nummer elf des live adventskalenders und heute losen wir tag nummero acht aus da gab es einen der andere ring der liebe und einen der andere ring der liebe plus zwölf zu gewinnen und heute an dem wunderschönen tag elf ja fast die hälfte haben wir schon ging ziemlich schnell gibt es einen der eine ring der liebe clean zu gewinnen und eine soul gore necklace plus 16 plus 16 ich will nur dass ihr euch das bewusst werdet wie ultra krank das ist kapper nein aber es ist echt geil und genau dann losen wir mal für tag acht aus also wie gesagt die beiden der andere ringe 149 kommentare ich bin jetzt eher dafür dass es wieder was im höheren bereich ist die letzten mal so 30 60 jetzt müsste auf jeden fall wieder was im hunderter bereich kommen sonst rigged confirmed und dann schauen wir mal es ist kommentar nummer hund... alter 111 nice random my boy sehr schön genau dann gucken wir mal ob er existiert aber da bin ich mir doch relativ sicher und heute ist es schön heute kann ich den gewinn wieder zuschicken das heißt genau das heißt es nicht aber es heißt für mich keine weitere arbeit zack weg das ding und hoppala hoppala jetzt war ich schon fast ein bisschen zu euphorisch dass ich es gleich verschicken kann natürlich auch einen herzlichen glückwunsch an dich rando entschuldigung da habe ich mich jetzt schon so drüber gefreut dass ich mir nichts aufschreiben muss es ist etwas mit mir durchgegangen aber aufschreiben tue ich mir trotzdem den namen und mach einen haken daneben dass es verschickt wurde genau aber ja dann war es das eigentlich auch schon wieder wie gesagt wie immer kommentieren für soul gone necklace plus 16 und eine ring der liebe clean und ja dann weiterhin viel glück wie gesagt die hälfte haben wir fast und es wird eigentlich wie instant war das denn nice gz mein freund sehr gut das ist doch mal das ist doch mal instant response genau was soll ich jetzt noch sagen na nichts mehr genau also ja genau bis morgen macht's kurz rein